Ich glaube, dass ich den Job bei Föch gekriegt habe, weil ich ein authentisches und offenes Wesen habe und weil die Charaktereigenschaften bei Föch mehr gezählt werden als die Ausbildung. Den Job bei der Firma Föch habe ich glaube ich deswegen bekommen, weil zwischen meinem Vorgesetzten und mir gleich einmal auf der zwischenmenschlichen Ebene das super passt hat, weil ich glaube ehrlich war, authentisch und Interesse gezeigt habe. Für meinen persönlichen Führungsjob als Regionsleiter ist es von Vorteil, wenn man Führungserfahrung mitbringt zu uns in Unternehmen. Ich persönlich durfte eine Managementausbildung genießen im In- und im Ausland. Ich glaube, dass man bei uns in der Abteilung keine spezielle Ausbildung braucht, weil ich ursprünglich von der Gastronomie komme und habe nicht so viel technisches Background wie manche andere vielleicht. Neue Kollegen, die sich eventuell bei uns bewerben, würde ich mir persönlich wünschen, dass sie offen sind, ehrlich sind und dass sie hin und wieder mal lachen können.